Willkommen bei Mathematik. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich, dass du Bock hast, eine Runde mit mir zu rechnen. In diesem Video schauen wir uns den Abstand zwischen Punkt und Ebene an und ich habe hier folgendes Setting für dich vorbereitet. Gegeben sind die folgenden Punkte A und B. A hat die Koordinaten 2, 6 und 1, B hat die Koordinaten 5, minus 3 und 3. Wir haben noch die Gleichungen der Ebenen E und F hier gegeben. Die Ebene E folgt dieser Gleichung. 2x1 plus 4x2 minus 4x3 ist gleich 6, das ist eine Koordinatenform, eine Ebenengleichung in der Koordinatenform. Die Ebene F folgt dieser schönen Darstellung hier. Vektor x ist gleich 1, 0, 1 plus R mal minus 3, 2, 1 plus S mal 1, 2, 4. R und S sind reelle Zahlen. Das ist eine Ebenengleichung in der Parameterform. Die Aufgabe lautet wie folgt, berechne die folgenden Abstände. Abstand zwischen dem Punkt A und der Ebene E, Abstand zwischen dem Punkt B und der Ebene E und Abstand zwischen dem Punkt A und der Ebene F. DIST steht immer für Distanz, also Abstand. Wie immer lade ich dich ein, das Video zu pausieren und dann zeige ich dir, wie ich diese Aufgaben lösen würde. Jetzt einmal pausieren und selber eine Runde rechnen. Let's go! Okay, und dann schauen wir doch mal rein. Lösung zu Aufgabe 1. Die Ebene E folgt dieser Gleichung hier in der Koordinatenform. 2x1 plus 4x2 minus 4x3 ist 6, das sind die Koordinaten des Punktes A, 2, 6 und 1. Gesucht ist der Abstand zwischen A und E, also zwischen dem Punkt und der Ebene. In Step 1 notiere ich zunächst einmal die Abstandsformel. Das ist eine Formel, die kann man auswendig lernen, steht wahrscheinlich auch in der Formelsammlung und geht letztendlich aus der hessischen normalen Form hervor und ist ganz hervorragend. Wie funktioniert diese Formel? Also, der Abstand zwischen dem Punkt A und der Ebene E, den können wir uns wie folgt hier vorstellen. Also, du nimmst dir mal diese Koordinatenform, 2x1 plus 4x2 minus 4x3, schreibst das erstmal so auf. Jetzt ziehst du diesen Anteil hier auf die andere Seite. Also, du würdest quasi das so umformen, dass auf der rechten Seite hier 0 steht. Du rechnest also minus 6. Jetzt setzt du das in Beträge, Betrag, Betrag und teilst durch den Betrag des normalen Vektors. Normalen Vektor hat ja die Komponenten 2, 4 und minus 4 und den Betrag davon berechnest du, indem du quadrierst, addierst, radizierst. Also, 2 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat plus minus 4 zum Quadrat, so wie hier unten und dann die Wurzel. Das sind die Umformungsschritte, die ich hier machen muss, um die Abstandsformel zu bekommen. Also nochmal, Koordinatenform nehmen, diesen Anteil hier rüberziehen, minus 6, das in Beträge schreiben und durch den Betrag vom normalen Vektor teilen. Ziemlich easy. Muss man nicht besonders viel können, steht wahrscheinlich auch genauso in der Formelsammlung. Das ist Step 1, notiere die Abstandsformel. In Step 2 setzen wir jetzt die Koordinaten des Punktes in diese Abstandsformel ein. Koordinaten von A, also hier einsetzen für x1, x2 und x3. Koordinaten von A sind 2, 6 und 1. Ich trage jetzt hier also für x1, x2 und x3 2, 6 und 1 ein. So, ne? 2, 6 und 1. Das haben wir jetzt für x1, x2, x3 eingesetzt. Und jetzt rechnen wir das Ganze aus. 2 mal 2 ist 4. 4 mal 6 ist 24, minus 4 mal 1 ist minus 4. 4 plus 24 ist 28, minus 4 ist 24, minus 6 ist 18. Betrag von 18 steht im Zähler. Im Nenner bekommen wir dann 2 zum Quadrat ist 4, 4 zum Quadrat ist 16, minus 4 zum Quadrat ist auch 16. Wurzel 36 steht im Nenner. Wenn dir das zu schnell ist, pausier das Video und versuch das auf dem kleinen Zettelchen nochmal nachzupallziehen. In jedem Fall bekommen wir hier Betrag von 18 durch Wurzel aus 36. Betrag von 18 ist 18, Wurzel aus 36 ist 6. Naja, und 18 sechste oder 18 durch 6 ist 3. Der Abstand vom Punkt A zur Ebene E beträgt also 3 Längeneinheiten. So würde ich hier vorgehen. So kannst du dir das grafisch vorstellen. Du siehst hier in grün die Ebene E und hier haben wir den Punkt A. Kann man gut sehen, ne? Wir gehen 2 Schritte in X bzw. X1 Richtung, 6 Schritte in X2 bzw. Y Richtung und 1 Schritt noch nach oben in Z bzw. X3 Richtung. Und ob man jetzt XYZ oder X1, X2, X3 sagt, hat ein bisschen mit dem Bundesland oder mit der Lehrkraft zu tun. Was wir deutlich sehen können, ist, dass der Punkt A nicht Element der Ebene ist. Also der Abstand 0 fällt hier schon mal weg. Das kann man auch grafisch gut erkennen. Mit Abstand ist immer der kürzeste Abstand zur Ebene gemeint. Also der kürzeste Abstand zwischen Punkt und Ebene. Wenn wir also das Lot von A aus auf die Ebene, wie sagt man dazu, das Lot fällen, genau, wenn wir das Lot fällen würden, dann entsteht da eben der Abstand. Das sieht dann etwa so aus. So, ne? In Rot ist jetzt der Abstand dargestellt. Wir sehen, hier hätten wir quasi einen rechten Winkel zwischen dieser roten Strecke und dieser grünen Ebene. Das wäre hier quasi ein rechter Winkel. Hier kann man es gut sehen. Und diese Strecke hat eben eine Länge von drei Längeneinheiten. Der Punkt A hat von der Ebene E einen Abstand von drei Längeneinheiten. Lösung zu Aufgabe 2. Wir haben wieder die Ebene E gegeben in der Koordinatenform und jetzt hier den Punkt B mit den Koordinaten 5, minus 3 und 3. Wir wollen den Abstand zwischen B und E ermitteln. In Step 1 notiere ich die Abstandsformel. Genau das gleiche, was ich auch in Aufgabe 1 gemacht habe. Ich nehme mir diese Koordinatendarstellung, ziehe die 6 rüber, also minus 6, dann den Zähler in Beträge setzen und unten im Nenner, naja, berechne ich noch den Betrag vom normalen Vektor. Step 1 ist genau der gleiche wie in Aufgabe 1. Als nächstes setze ich in Step 2 die Koordinaten von B ein. Koordinaten von B stehen hier und die setze ich für x1, x2 und x3 ein. Also 5, minus 3 und 3. 5, minus 3 und 3. Und der Rest ist ein bisschen Rechenarbeit. Nicht weiter dramatisch, kriegen wir hin, easy peasy, machen wir mal. 2 mal 5 ist 10. 4 mal minus 3 ist minus 12. Minus 4 mal 3 ist minus 12 und minus 6 ist minus 6. 10, minus 12 ist minus 2. Ja, minus 2, 11 ist minus 14, minus 6 ist minus 20. Im Zähler steht also Betrag von minus 20. Im Nenner wieder Wurzel aus 36 ist ja der gleiche normalen Vektor, ist ja schließlich auch die gleiche Ebene. Betrag von minus 20 ist 20. Wurzel aus 36 ist 6. 20 Sechste kann man noch kürzen. Und dann haben wir einen Abstand hier von B und E, also zwischen dem Punkt B und der Ebene E. Und der hat einen Wert von 10 Drittel. 10 Drittel Längeinheiten, also circa 3,33. Grafisch sieht das so aus. Die Ebene E ist wieder in grün dargestellt. Wir sehen hier den Punkt B mit den Koordinaten 5, minus 3 und 3. Den Abstand habe ich hier als Strecke, hier in Rot schon mal visualisiert. Auch wieder ein rechter Winkel zwischen dieser Strecke und der Ebene. Hier kann man das gut sehen. Hier wäre jetzt ein rechter Winkel. Also der kürzeste Abstand ist gesucht. Und der hat einen Wert von 10 Drittel, also circa 3,33 Längeinheiten. Kann man sich ungefähr vorstellen. Lösung zu Aufgabe 3. Die Ebene F ist in der Parameterform gegeben. Der Punkt A mit den Koordinaten 2, 6, 1 ist auch wieder am Start. Wir suchen den Abstand zwischen dem Punkt A und der Ebene F. Mache ich denn jetzt, wenn die Ebene nicht wie gerade bei Aufgabe 1 und 2 in der Koordinatenform, sondern wie hier in der Parameterform gegeben ist? Naja, ich mache das, was ich im Prinzip immer mache, wenn ich die Parameterform habe. Ich überführe sie in die Koordinatenform. Einfach nur nochmal einen Step davor geschaltet. Also ich verwandle jetzt die Parameterform in die Koordinatenform. Und ich mache das so, dass ich jetzt aufschreibe, Step 1, überführe F in die Koordinatenform. Und das mache ich hier Step 1a, Step 1b und Step 1c. Also ich habe jetzt quasi ein Rezept im Rezept, wenn man so möchte. So, nicht weiter dramatisch. Wir bilden zunächst das Kreuzprodukt der Richtungsvektoren. Minus 3, 2, 1 und 1, 2, 4. Das sind ja die Richtungsvektoren. Hier oben sehen wir sie. Minus 3, 2, 1 und 1, 2, 4. Die werden jetzt kreuzmultipliziert. Das machen wir mit der Fischeregel. Fischeregel habe ich jetzt hier nicht nochmal aufgeführt. Kannst du gerne auf dem Zettel mal probieren. Am Ende bekommen wir hier die Komponenten des normalen Vektors. Und die heißen 6, 13 und minus 8. Wenn du die beiden Vektoren hier miteinander kreuzmultiplizierst, kommt dieser Vektor raus. Und das ist den normalen Vektor der Ebene F. Step 1a heißt, Kreuzprodukt der Richtungsvektoren. Das ist ein einfaches Tool. In Step 1b setzen wir Vektor a und Vektor n in die allgemeine Form ein. Vektor a ist der hier, der Stützvektor 1, 0, 1. Und n, Vektor n ist 6, 13, minus 8. Dann haben wir hier 6 mal 1 plus 13 mal 0. Minus 8 mal 1 ist d. Das ist hier quasi die allgemeine Form, weil wir das d noch nicht ausgerechnet haben. Die Einträge 6, 13 und minus 8 tauchen hier auf. 6, 13 und minus 8. Das sind die Komponenten des normalen Vektors. 1, 0, 1, das sind die Komponenten des Stützvektors. Den habe ich hier mal Vektor a genannt. Und diese Einträge tauchen hier auf. 1, 0, 1. 6 mal 1 plus 13 mal 0 minus 8 mal 1 ist d. 6 mal 1 ist 6. 13 mal 0 ist 0. Minus 8 mal 1 ist minus 8. 6 minus 8 ist minus 2. d ist minus 2. Wunderbar. So, jetzt können wir die konkrete Koordinatenform aufstellen. 6x1 plus 13x2 minus 8x3 ist minus 2. Minus 2, das ist hier dieses d. Und 6, 13 und minus 8, das sind eben die Komponenten vom normalen Vektor hier. Die kommen aus Step 1c. Durch Kreuzprodukte der Richtungsvektoren, mithilfe der Fischi-Regel ermittelt. So, dann entsteht hier in gelb eben die Ebenengleichung in der Koordinatenform. Und jetzt gehe ich genauso vor wie auch in Aufgabe 1 und 2. Ich notiere die Abstandsformel. Ich nehme also die Koordinatenform, ziehe die 2 hier rüber. 6x1 plus 13x2 minus 8x3 plus 2. Betrag im Zähler. Im Nenner bilde ich den Betrag vom normalen Vektor. 6 Quadrat, 13 Quadrat minus 8 Quadrat. Das alles addieren und die Wurzel ziehen. Und jetzt setze ich noch die Koordinaten von a ein. Die heißen ja 2, 6 und 1. 2, 6 und 1. Und jetzt wird nur noch gerechnet. Rechne mal eine Runde. 6 mal 2 ist 12. 13 mal 6 ist 78. Minus 8 mal 1 ist minus 8 plus 2. Kann man ausrechnen. Ich komme auf Betrag von 84. Im Nenner steht noch Wurzel aus 269. Schön ist anders. Ist aber richtig. Betrag von 84 ist 84. Wurzel aus 269 ist leider keine Quadratzahl. Bis 16, irgendwas. Ist nicht weiter wichtig. Lassen wir einfach so stehen. Ja, der Abstand vom Punkt a zur Ebene f hat also einen Wert von 84 durch Wurzel 269 Längeinheiten. Nice. So sieht das noch grafisch aus. Die Ebene f in grün dargestellt. Der Punkt a liegt wieder hier. Und in rot ist der Abstand vom Punkt a zur Ebene f hier dargestellt. 84 durch Wurzel 269 ist circa 5,12. Ja, 5,12. Ja, circa. So, hier sehen wir wieder einen rechten Winkel. Das heißt, wir nehmen immer den kürzesten Abstand vom Punkt zur Ebene. Und dann kriegen wir hier 84 durch Wurzel 269 raus. Circa 5,12 Längeinheiten. Der Rundungswert interessiert nicht. Wichtig ist, dass du die Parameterformel in eine Koordinatenformel führen kannst. Und dann eben die beiden entscheidenden Steps ausführen kannst. Also Abstandsformel und Punktkoordinaten einsetzen. Und dann kommst du hier auf den korrekten Abstand. Das ist ein schöner Aufgabentyp, weil du nur diese Abstandsformel brauchst. Nimm die Abstandsformel, setze die Koordinaten des Punktes ein und fertig ist der Abstand. Man kann das doch ein bisschen komplizierter machen. Also du kannst auch eine Lotgerade aufstellen und dann den Lotfußpunkt ermitteln. Und dann den Abstand zwischen diesem Lotfußpunkt und dem gegebenen Punkt berechnen. Das geht auch. Das ist ein bisschen geometrischer. Auch ein schönes Vorgehen. Aber das hier ist ein bisschen simpler, ein bisschen einfacher mit dieser schönen Abstandsformel. Schreib mir gerne wieder in die Kommentare, wie du mit den Aufgaben zurechtgekommen bist. Und welche Fragen noch auf mir geblieben sind. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf dich. Lass es dir gut gehen und auf bald. Dein Rick.